Am nächsten Tag wollte Großvater die vier Kinder und die zwei Hunde auf die erste Etappe mitnehmen. Das war der erste Teil des Plans, wie sie den Drei-Höhlen-Berg bezwingen wollten. So hieß der Berg, der im Osten des Hauses in Helge-Boda lag und über tausend Meter hoch war. Aber so hoch würden sie am ersten Tag nicht gehen, sondern nur bis zur ersten Höhle, deren Eingang hinter drei kleinen Birken lag, die aber so gewachsen waren, dass man ihn leicht finden konnte. Großvater trug einen Rucksack, denn der Plan war, in der ersten Grotte ein Basislager einzurichten. Keins der Kinder wusste, was ein Basislager war, aber Großvater erklärte es ihnen, bevor sie aufbrachen. Wenn man eine sehr schwierige Bergbesteigung durchführen wollte, zum Beispiel auf den Drei-Höhlen-Berg, der über tausend Meter hoch war, dann konnte man das nicht auf einmal tun. Es war zu weit und zu anstrengend. Man wurde zu hungrig und Elsas Pfoten würden wehtun, wenn sie sich nicht ausruhen konnte. Also musste man Pausen machen, zum Beispiel in der ersten Höhle. Dann würden Vorräte dort sein, sodass man sich ausruhen konnte und essen. Deshalb musste man Proviant und anderen Bedarf zur ersten Grotte hinauftragen, in das Basislager. Dann würde man zum Haus zurückgehen und am nächsten Tag könnte man weiter auf den Berg hinaufgehen, aber im Basislager bei der ersten Grotte ausruhen und essen. So machte man es bei richtig schweren Bergbesteigungen. »Krass«, sagte Markus. »Ich habe im Fernsehen gesehen, wie sie es machen, wenn sie auf dem Himmler Maya steigen.« »Himalaya«, sagte Ia, »nicht Himmler Maya.« »Ich hab mich überhexen. »För ich nichts gesagt.« Untertitelung des ZDF, 2020